Mitarbeiter, der Co-Trainer ist da, da kann man dann ja gleich den richtigen Einstieg vornehmen, übernimmt der das nämlich, wäre das besser drauf. Trainingsgruppen, die lege ich selber lieber fest. Wieder auswechseln, tue ich auch lieber selber. Praktisch soll ich schon gar nicht ändern. Kann ich nur was Trainingsziele festlegen. Und für die Trainingsgruppen ist er natürlich da. Könnte ich gleich nochmal, meine, braucht das Geld ja für, vielleicht noch einen Neuzugang. Mal gucken. Ein Fuhrein, Pezzoni kann ich holen. Das wäre natürlich ideal. So, das passt schon. Gleich nochmal gucken nach einem rechten. Drei Sterne. Hm. Er kann halt noch kein Deutsch. Ich werde ihn verpflichten. Er wäre schon eine Verstärkung, Mika. Hm. Okay. So. Wollen wir die Mannschaft angucken kurz? Wir haben da zwei Spiele, die nicht wirklich gut sind. Oh, Renneke könnte ich dann runterschieben. Okay. Hier schiebe ich auf jeden Fall die Zattie hier runter. Deswegen habe ich hier schon einen, der beide Seiten kann. Ah, nicht eingestellt. Sollen Matcher. Er fällt mir gerade auf. Hab hier aber noch einen. Gut. Er erledigt. Da kriege ich gleich noch einen guten. Arslan. Ah, komm. Ich lasse Arslan weiter behüten. Wird schon irgendwie gut gehen. Weiter geht's. Pezzoni wäre echt gut. Glaub ich einiges versprechen. Aber es wird. Da der. 20 in den Langvertrag geben. Stammspieler bist du auf jeden Fall. 25. Gehen. Kann ich. Sehr gut. Dann kriegt er natürlich Gehalt. 30. Ja, das passt schon. Ja, das Gehalt ja nochmal erhöhen gleich. Jetzt vorliegen. Kommt der. Wäre starker. Starker Rückhalt für die Abwehr. Die Spahn ist man sich einig. So noch Kevin akzeptieren. Oh, Pezzoni ist gekommen. Nummer 3 passt. Auch die Webseite. Geht gleich da hin. Ja, Falkenberg brauche ich eigentlich. Kann ja auch offensichtlich. Plus. Anders zu Not auch. Die beiden sind halt einfach viel schlecht. Die gehen beide in die Reserve. Spielergespräche sind noch dran. Du musst auch stärker werden. Venga soll einfach mal alles geben. Plus braucht seine Ziele nicht runterschrauben. Schulz muss stärker werden. Berchow. Das Spiel hier. Der kann auch im Training alles geben. Gebt einfach alles Hohenstedt. Weiter geht's. Alle Spiele haben sich verbessert. Bis auf. Vorwart. Der Lehmann. Na gut. Der ist wahrscheinlich nicht so lange da. Ist eh nur Ersatzkraft. Er hat sich nichts getan. Wäre natürlich toll, wenn wir uns so einkriegen könnten. Aber ihn darf ich ja gar nicht verpflichten. Weil er hat zu viele Sterne. Wo war könnte ich verpflichten? Nett. Wenn man da rankommt. Ja. So. Mal 300.000 Handgeld. Ich habe zwar kein Geld mehr. 100.000 Notgehalt. Ich gebe ihm mal einen Jugendverhältnis. Ah, darf ich nicht. Na gut. Dann wird das nichts. Gerade. In einem Spiel. Aber auch Superin gewonnen haben. In der ersten Liga aus. Dortmund hat nochmal ordentlich Geld ausgegeben. Leipzig. Ich glaube ich strecken, wenn die in der ersten Liga bleiben wollen. In der ersten Liga an. Wir haben die ältesten Kader und die negativste Bilanz. Ja, an der älteren Kader müssen wir vielleicht was tun. Ein paar aussortieren. Wir haben die stärksten Mannschaften dabei. Gut. Der erste Spieltag. Auf geht's. Mannschaft steht soweit. Mal gucken, ob wir mit den Leuten reden können. Gespräche führen. Noch ein bisschen Ton verbringen. Bonus als dass man es nicht machen sollte. Auf geht's. Das erste Spiel. Einstellungsstimmen. Das passt. Erst dann. Alles geben. Taktik passt. Der erste Spieltag. Was sagen wir der Mannschaft? Wir können das gewinnen. Das erste Spiel geht los. Bremen gleich jetzt mal. Oh, schön den Ball geklaut von Haider. Astan über rechts. Haider. Astan. Oh, daneben. Schade. Schön gleich zu Anfang den Ball geklaut und mal gezeigt. Und Reimring macht gleich weiter. Da kam sie nicht durch. Steht drin zu gut hinten. Aber Astan leider ein wenig zu langsam. Der Druck ist schon da. Uh. Das hätte ich nicht tun brauchen. Aber zum Glück gibt es keine Karte dafür. Bremen-Fans sind damit nicht so einverstanden, wie man hört. Astan, schöner Pass auf Reimring. Auf die Außen. Astan. Und dufner hält. Haider wieder den Ball erobert. Astan in die Mitte. Reimring. Reimring. Und. Uh. Astan. Bisher ist das noch alles ziemlich ungefährlich, was die Osnabrücker da tun. Kommt zwar voll in den Strafraum, aber das dann vorbei. Oder dufner hält. 20 Minuten gespielt. Schon ein paar gute Torchancen gab. Bremen noch mit keinem Torschuss. Kommt irgendwie auch gar nicht in die Nähe des Strafraums. Schöne Kombination mit Hüting. Und Reimring mit einem katastrophalen Fehlpass. Das Foul hätte er nicht machen brauchen. Der Ball wäre schon verteidigt worden. Gab aber nur eine Ermahnung. Keine Gelkarte bisher. Böses Schall auf den Außen. Ob das jetzt die erste Karte gibt. Anscheinend nicht. Die Bremer sind das ganze Spiel am Schieberstein. Und das erste Gegentor. So ein Mist. Der Tor hat getroffen. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet. Auf so ein schönes Tor. Das ist unglaublich. Wie der diesen... Ja, Katastrophenleistung vom Torhüter. Das hätte nicht sein müssen. Jetzt Bremen natürlich erstmal im Aufwind. Ein Tor wie aus dem Nichts. Und schon geht gar nichts mehr hier. Was war los? Wird kribbelig jetzt. So schön begonnen. Kein Tor geschossen. Und dann hinten reingedrängt. Was war das denn? Das war gar nichts. Ich weiß nicht, was der da gesehen hat, aber... Der dreht dann eine Pirouette und kriegt dafür einen Freistoß? Na, super. Wäre eigentlich mal Zeit, dass die Auswärtsfans fieber schreien, weil... Was gerade hier gepfiffen wird, geht gar nicht. Aber ist das Gegentor auch so ein Mist. Ziemlich unverdient für, ich finde. Da hält es natürlich keinem mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Was für ein Freistoß. Kann man sowas trainieren? Ja, Katastrophen in erster Halbzeit. Wir reden eigentlich mit null Schüssen aufs Tor. Und macht daraus dann zwei Tore. Da fällt mir nicht viel zu ein. Wenn wir alles in die Waagschale werfen, dann schaffen wir das auch nochmal. Aber dafür müssen sie sich konzentrieren. Wir werden Menge einwechseln. Weil Heider ist Katastrophe. Er bringt so gar nichts nach vorn. Menge, mach das jetzt. Der Lufner ist heute richtig gut drauf. Mit schwieriger zweiter Halbzeit. Da ist das Tor. Menge. Sensationelle Einwirkung. Die hat sich so richtig gelohnt. Ja, das ist weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend. Schaffen sie den Ausgleich noch. Oh, da lassen sich abhängen. Was machen die denn da? Oh nein, jetzt gibt es auch noch ein halb Meter. Was tut ihr da nur? Oh. Oh, so ein Ärger. Kaut er den Ball gegen Pfosten und dann schafft er den Nachschuss. Ja, das ist endgültig vorbei. Schön ausgekontert. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ein Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal... Ja, ich mag ihn aber nicht auswechseln, weil der andere Torhüter noch schlechter ist. Ich hatte Hoffnung, als Menge eingewechselt wurde. Ist das jetzt wenigstens gelb dafür? Nee. Da wird gesagt, passt schon. Ja, irgendwie ist heute das Scheiß auf den Füßen. So, das müsste er uns jetzt... Er holt heute alles raus. Und gegen Pfosten. War so klar. Heute treffen sie das Tor nicht. Die Bremer hauen jetzt nur noch zu. Ah, Jakobs sind über außen durch. Erche kommt nicht mit. Ach, so ein schöner Pass auf Menga. Menga nach vorn beim Ring. Beim Ring. Ach, ihn. Oh, Durfner hält schon wieder. Das Spiel ist gelaufen. Erche kommt mit. Kann ihn aber nicht abdrängen. Jetzt hält Gersbeck nicht mal. Ja, wir sollten vielleicht auch nochmal wechseln. Inga mit einem ganz guten Spiel. Bei. Das war's. Echt? Das war ein klares Abseits Und es wird wieder Man wird das nochmal scharf gemacht Dafür gibt es keine Karte Das kannst du echt nicht sein Und Menga scheitert Aber noch eine Chance Menga mach ihn Was ist das denn? Die treffen es leere Tore nicht mal heute Naja So kann man ein Spiel nicht gewinnen Aber mit so vielen Chancen Und alle gehen rein Da wird es ja 4 zu 6 stehen Schade Schönes Testspiel Und das dann so versauen Das muss am nächsten Spiel besser werden Eine spannende Partie Ich hoffe sie hat Ihnen gefallen Und wir sagen Dankeschön Und verabschieden uns bei Ihnen Wir das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer Tschüss Ja Das war Lufner mit der 1 Das ist berechtigt Bester Spieler Was der da rausgeholt hat Und zur Verzweiflung gebracht Ich glaube sie sind jetzt nicht letzter deswegen Ne 18er Das muss im nächsten Spiel besser werden Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an Das war's Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal